Die haben wir eh schon verpasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diese Götter, ich weiß nicht, ob das Götter sind, die hier so angedingst sind, die so angekettet sind, ob wir die wirklich befreien müssen, oder ob das nur so ein Gimmick ist, so ein kleines. Okay. Das war ja mal easy. Checkpoint. Das wäre ganz nett, wenn die Kamera wieder raus... Dankeschön. Ah, die kann man kaputt machen. Oder auch nicht. Doch, kann man kaputt machen. Ach. 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 Und jetzt mal hier ein bisschen mal auf das Feuerschwert. Ich glaube, die kommen jetzt hier nach vorne gedüst, meine ich mal. Ja. Hier ist jetzt schon wieder so ein Gott, oder whatever. Ein Superheld, oder was. Gerne. Leben. Ja. Echt. Ein 8es Leben. Uhhh! Holy moly! Hm, super. Ich hätte ganz gerne noch ne Herculade. Da ist nämlich gerade ein bisschen mau bei mir hier. Mit der Energie. Ich glaube jetzt gleich schon der Wirbel sind, ne? Was ist noch so ein Typ? Oder der gibt uns einfach einen Key? Noch so einer? Yo! Ey! Ey! Oh Gott. Blitzschwert. Beste. So. Äh. Okay, jetzt kommt der Wirbelsturm. Kann das uns überhaupt was antun? Also dieses rumgeschwebt Zeug hier. Sah jetzt eben grad mal nicht so aus. Äh. Äh. Okay, das ist der große Stein. Alles was? Ah, die Herculade ist nicht gegangen. Ah. 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 Uiuiuiui. Das war gut. Ah. Ich glaube ich... Ah. Hallo Zeus. Jaaaay. Jaaaay. Wir haben Zeus befreit. Sus. Ah. So. Jaaaay. Möglicherweise hat man grad meine Mutter gehört. Häah. Äh. Ja, Hercules. Hä. Nicht so viele Buchstaben. Münzen müssten es glaube ich auch nicht so viele. Hau drauf! 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 Wack! Hau drauf! Hau drauf! Hau drauf! Hau drauf! Der Schlut der unendlichen Qualen. Ich glaube, das ist das Level, was ich überhaupt nicht mag. Also, das ist... Ich mag eigentlich alle Level in diesem Spiel. Aber das ist so das Level, was ich so gar nicht mag. Glaub mich mal jedenfalls. Ja. Ich finde es auch schade, dass es nicht mehr so normale Level jetzt gibt. Ach, schön dran vorbeigelaufen. Ja. Ja, leider ist das hier alles so dunkel, dass ich das nicht so gut sehe. Okay, den müssen wir ausweichen. Weil wir nicht angreifen können. Aber die Vasen nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir ja diesmal alle. Weil ich dann doch eher nicht glaube. Steine habe ich nicht gesehen. Ey, das ist echt dunkel hier, ne? Vor allem, wenn einem dann diese ollen Geister... Die ollen Geister im Gesicht rumschwirren, ist das nicht so geil. Ich glaube, die Geister, die hier rumschwirren, können uns nichts anhaben. Du warst aber eben noch nicht da. Oder ich habe dich nicht gesehen. Ja. Okay, ich werde nicht nach links und rechts springen. Das ist mir gerade bewusst geworden. Aber ich werde immer nur dann mit Schmackes nach vorne springen. Das ist halt nicht so einfach, wenn hier alles schwarz ist, ne? Oh, eine Vase. Checkpoint wäre mal wieder ganz nett. Ich sehe nichts. Ah, da ist ein Checkpoint. Und Energie. Ich habe X gedrückt. Wir haben trotzdem immer noch acht Leben. Das ist wunderschön. Stimmt, wir hatten ja eben noch ein Leben eingesammelt. Ich sehe nichts. Tut mir leid. Uiuiuiui, der war ja knapp. Der wollte schon gar nicht mehr springen. Vorne ist eine Herkulade, die möchte ich gerne haben. Ich weiß nicht, ob die mir was gebracht hat. Das Steine. Okay, da fand ich wieder ein Checkpoint. Das ist schön und eine Herkulade. Und eine Herkulade. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schön, dass das Renn-Ding auch so lange angehalten hat. Ich war ja gar nicht so schlecht mit den Buchstaben. Oh, da ist eine Vase. Das ist mir jetzt egal, aber ich hab's drüber geschafft. Das ist mir wichtiger als die olle Vase. Oh mein Gott. Ist jetzt aufgefallen, dass das so Totenköpfe sind? Oh, das ist das Ende. Das ist, glaub ich, das Ende. Huh, grad so geschafft. Zwei Buchstaben haben nur gefehlt. Aber ich glaub, der Helden-Status ist nicht so geil. Münzentechnisch müssen wir auch 66% Anfänger. Na gut. Du machst doch gern Geschäfte. Ich biete dir mein Leben für Meg. Oh, hm. Äh, der Sohn meines schlimmsten Rivalen auf ewig gefangenem Fluss des Todes. Zum Ersten? Hm, könnte dein Haken sein. Zum Zweiten? Ja, okay. Okay, okay, okay. Du kriegst sie frei. Sie geht. Du bleibst. Im Sog der Seelen. Und ich glaube, das ist sogar schon das letzte Level. Also der Endboss quasi. Glaub ich. Wie wär's denn mit einem bisschen der Feuerkraft? Ich mag die Synchro irgendwie voll von Hades. Ich muss grad über den Namen nachdenken. Ja. Du hast es nämlich grad voll auf den Maul gekriegt. Was bist du denn? Ich muss ihn eigentlich nur... Hades. Ich muss ihn nicht gewinnen, Hades. Das ist eigentlich mega easy. Du musst ihn einfach nur angreifen. Ey. Nur halt länger, ne? Geh endlich auf, Hades! Hades! Du wirst nie gewinnen, Hades! Wer betont das so dumm, ne? Wo brauchen wir die überhaupt? Die Basen. Aber die Musik in dem Level gefällt mir nicht so. Gib endlich auf, Hades! Gib endlich auf, Hades! Oh, die Herkuladen mischt doch gerne mit. Ja, da oben bist du. Das kommt sogar hier an. Du wirst nie gewinnen, Hades! Du wirst nie gewinnen, Hades! Oh, dankeschön, auf die hab ich gewartet. Nehm ich auch noch nicht. Das Spiel ist aus, Hades. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr bewegen. Und jetzt erst noch mal, ja, es kommt jetzt erst noch mal so ein komischer Bildschirm. 64 Prozent. Und das Leben haben wir auch noch bekommen. Oh, ja, Blumen für alle! Und diese Färzen! Hervorragend, mein Sohn! Du hast es geschafft! Du bist ein wahrer Held. Denn ein wahrer Held wird nicht an der Größe seiner Kraft gemessen, sondern an der Kraft seines Herzens. Jo, das war das Spiel, ne? Das Geh immer fix. Ach, Gott. Also, wär's mir gestern nicht abgeschmiert, dann hätte ich's gestern auch schon direkt durchgespielt. Aber gut. Ähm, ja. Was kann ich mir zu dem Spiel sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel das damals gekostet hat, aber wenn's ein Vollpreistitel war, dann ist das Spiel recht kurz. Weil ich hab da jetzt anderthalb Stunden dran gesessen, mit Erklärung und bla bla. Also, ich schätze mal, dass man dann ohne Erklärung und ohne bla bla, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, auch so anderthalb bis zwei Stunden braucht. Und das ist doch dann für ein, weiß ich nicht, 60 bis 80 Mark Spiel ein bisschen viel. Wenn man so überlegt, was man für Crash und sowas bekommt. Also Crash Bandicoot und Spyro. Aber ansonsten macht das halt mega viel Spaß, ist, äh, auf jeden Fall auch abwechslungsreich, weil man hat halt einmal ein Scrolling-Level, was von links nach rechts geht, das Pegasus-Level nämlich. Dann das Scrolling-Level, was vertikal ist, ähm, da hatten wir mehrere davon. Und man hat halt normale Erkundungs-Level irgendwie. Von den Erkunder-Leveln hätte ich mir ja gerne zusätzlich noch ein paar mehr gewünscht. Aber, ja, das Spiel ist halt schon ein bisschen alt, ne, und da kann man jetzt nicht mehr sagen, ich möchte aber noch das und das dazu haben. Aber, ich find's cool, wenn man das, weiß ich, ich weiß nicht, wie viel das bei, äh, Ebay kostet. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich würd's mir kaufen, wenn's billig ist. Aber es macht halt Spaß. Ähm, und man hat ja natürlich auch die Möglichkeit, dann mal alles auf 100% zu holen, das war mir dann aber zu blöd. Auch da waren ja auch kurze Credits. Ähm. Ja. Genau, es war mir zu blöd wegen diesem Scrolling-Level, man kann halt nicht zurücklaufen und so. Also, deswegen find ich das ein bisschen doof, hier die 100% zu holen. Ich weiß auch gar nicht, ob man da überhaupt was für bekommt, wenn man die 100% holt. Ähm. Ich geh mal hier ins Passwörter-Menü, damit ihr das auch mal seht. Da kann man nämlich dann diese schönen Vasen eingeben. Das, was ihr übrigens seht, äh, das Muster der Vasen, also Münze, Helm, Münze, Gladiator, ist das Passwort für die Hydra. Genau, jetzt spielen wir Glücksamphoren! Ja. Äh. Hör mal zu, mir wird's langsam mannweilig, also bringen wir's hinter uns, okay? Was wollte ich jetzt sagen? Die Frau, die bringt mich total aus dem Konzept. Ähm. Wirtswald, Atlas. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach genau, für mittleren Schwierigkeitsgrad, denn es gibt auch noch einen leichteren Schwierigkeitsgrad und den Herkules, so heißt der, glaub ich, Herkules-Schwierigkeitsgrad, was dann der Schwärze, Schwärze, schwere Schwierigkeitsgrad ist, und ich schätze mal, wenn neben der Schaden kriege ich nicht so viel Herkulade und keine Offlevelungssachen und, äh, also Kram halt irgendwie schwerer, dass sich mehr, mehr Energieabzug beigetroffen werden und sowas. Aber ansonsten finde ich das Spiel eigentlich ganz spaßig. So mal für, kurz mal so rein, ne? Äh, ja. Dann geht es jetzt weiter mit, äh, Journey. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das auf 100% mag. Aber, äh, ich muss mal gucken. Aber spielen tue ich es auf jeden Fall. Und danach kommt noch mal ein kurzes Spiel. Da weiß ich auch noch nicht, was? Äh. Genau, jetzt spielen wir Glicksampforen. Nein, das nicht. Aber irgendein kurzes Spiel auf jeden Fall. Und dann kommt Abzu. Und dann hätten wir diese komplette Journey, Flower, Flow, Abzu-Reihe durch. Es gibt auch noch ein Spiel, das heißt Cloud. Von den Machern, das ist mir, das habe ich letztens erst gesehen, ist für den PC. Äh, äh, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Muss ich mal gucken, weil ich hab, ich mein, ich hätte nach nem Download-Link gesucht, aber ich hab irgendwie nix gefunden. Aber egal. Gut. Dann hoffe ich, dass euch dieses mini kleine Klitze, kleine Let's Play gefallen hat. Ich glaube, das hat, das hat sogar, war kürzer als Flow. So, auf jeden Fall, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir uns bei meinem nächsten Let's Play wiedersehen werden. Tschüss!